Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Heute beschäftigen wir uns mit sogenannten Feldern oder auch Arrays. Was ist ein Array? Nun, häufig stehen wir vor der Aufgabe, viele verschiedene Daten vom gleichen Typ abzulegen. Wir hatten so eine Aufgabe schon mal bei unserem Rechner, wenn wir uns erinnern. Ein paar Videos zurück haben wir zwei Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert, aber zwei Zahlen, zwei gleiche Zahlen. Jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, ich möchte 20 Zahlen oder 30 Zahlen vom gleichen Typ irgendwie ablegen. Da könnte man natürlich jetzt 20 verschiedene Variablen anlegen, wie Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3, bla 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 bla. Aber das wird ein bisschen mühser. Es wäre doch praktischer, wenn man die in einem Feld ablegen würde, wenn man praktisch sagen könnte, okay, ich brauche 20 Zahlen vom Typ Integer, zum Beispiel. Und genau das leistet ein Array, ein Feld. Ein Feld ist ein Speicherbereich mit n wählbaren gleichen Elementen. Da muss man nur sagen, wie groß ist das? Und das war's. Wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Also, bei einer normalen Variablen-Definition haben wir einen Variablen-Typ verwendet. Also wir haben da praktisch einen Typ hingeschrieben. Das ist zum Beispiel Int oder Float oder was auch immer. Und dann haben wir einen Namen gegeben. Dann haben wir einen Strichpunkt geschrieben und das war's. Jetzt ist es genau ein Element von diesem Typ. Okay? Und wenn ich ein Array definieren würde, muss ich dazwischen noch so eckige Klammern schreiben. Diese eckige Klammern erzeugen oder dann weiß das Ding, okay, es handelt sich nicht um ein Element, sondern um viele Elemente. Wie viel haben wir noch nicht gesagt? Also dieses Ding hier definiert, dass die Variable Name ein ganzes Feld vom Typ Typ ist. Also damit wissen wir jetzt, aha, es ist nicht nur eines. Und woher wissen wir, wie viele es sind? Nun, irgendwie müssen wir dann schreiben, Name. Und jetzt schreiben wir ist gleich. Ja. Und jetzt brauchen wir einen Befehl, der heißt New. Und dann schreiben wir wieder Typ. Genau den gleichen Typ, den wir hier oben verwendet haben. Eckige Klammer auf. Und N. N. Eine Zahl, die wir uns aussuchen können. Natürlich nicht Null. Eins würde schon gehen. Da. Damit. Wird festgelegt. dass es sich um ein Feld von N Elementen handelt. Okay. Jetzt, da sage ich, aha, es ist ein Feld. Und hier sage ich, ja, ich mache ein neues Feld, bitte. Das kann man übrigens gleich da hinten dran schreiben. Kann man gleich da hinten dran schreiben. Und das war's. So funktioniert das. So funktioniert eine Array-Definition. Initialisieren kann ich auch. Ja, zum Beispiel, wenn ich schreibe Name, ist gleich New Type. Und jetzt, wenn ich es initialisiere, kann ich zum Beispiel auch so machen. Jetzt wissen wir aber nicht, hey, wie viel, wie viel, wie viel haben wir noch? Ja, wie viel kommen denn hier? Ja, und ich kann aber dann, äh, ich kann aber dann praktisch mit geschwungenen Klammern gleich Werte angeben. Ja, also zum Beispiel könnte ich schreiben 0, ja, da mache ich ein Beistrich. Beistrich, dann schreibe ich 20, Beistrich 12, Beistrich 4. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, ja, das hier ist die sogenannte Initialisierung. Ja, Ergebnis. Ist ein Feld von, und jetzt haben wir da 4, in dem Fall haben wir 4, gell? Ja, von 4 Elementen des Typs Type, ja, mit den Inhalten 0, 20, 12 und 4. Ja, also diese Werte stehen da drinnen. So könnte man das initialisieren. Wie greife ich jetzt auf sowas zu? Zugriff auf einzelne Werte. Zugriff wäre zum Beispiel so. der Name der Variable, Name, dann eckige Klammer auf und dann ein Wert, 0. Das ist der Zugriff. Das ist der Zugriff. Auf das erste Element des Arrays. Ah, das fehlt jetzt. Hier wäre 0 drinnen. Ich mache jetzt zum Beispiel Name. Geschwungene Klammer auf. Und jetzt schreibe ich da 2 rein, 2. Auf welches Element werde ich jetzt zugreifen? 0 ist das erste, 1 ist das zweite, 2 ist das dritte. Also das ist jetzt praktisch Zugriff auf das dritte Element. Hier würde 12 drinnen stehen. Warum 12? Schau mal, da ist der Nuller. Der ist da. Da ist der Zwölfer. Der steht in dritter Position. Der ist da. Deswegen 12. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Int Array Zahlen ist gleich. New Int 5. Das definiert jetzt ein Integer-Feld mit Zahlen und so fünf verschiedene Zahlen. Wo es drinnen steht, haben wir nicht initialisiert. Wissen wir nicht. Aber es ist zumindest angelegt. Strichpunkt brauchen wir auch noch. Sind wir fertig. Also das ist ein Feld. Das ist ein Feld. Zugriff auf Felder. Da kann ich was zuweisen oder rauslesen. Das ist dann praktisch eine ganz normale Variable. Der Feldname selbst ist übrigens nur ein Zeiger oder die Adresse im Speicher. Und dahinter verbirgt sich gar nichts. Da steht nur drinnen, wo findet man das? Wo findet man das? Das steht dann im Namen drinnen. Die Position im Speicher. Zeiger werden wir aber noch machen. Also zugreifen, da haben wir jetzt im ersten Moment einmal so. Auf die einzelnen Elemente. Ja. Erase. Also im nachfolgenden Beispiel werden wir unseren Rechner erweitern. Werden wir unseren Rechner erweitern. Wir werden den erweitern. Addieren wir halt vier Zahlen. Nehmen wir vier Zahlen. Die addieren wir, subtrahieren wir, multiplizieren wir. Das lassen wir gleich. Definieren wir uns ein Array von Integer-Zahlen und werden die manipulieren. Das passiert also im nächsten Video. Dieses Mal kommt das Beispiel nach der Erklärung. Weil es doch ein bisschen komplexer ist. Schauen wir uns das also an in einem Beispiel im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.